Hallo, wir wollen uns heute mit dem Dreisatz bei proportionalen und antiproportionalen Zuordnungen beschäftigen. Du solltest dazu die wesentlichsten Aussagen zu proportionalen und antiproportionalen Zuordnungen kennen. Wir lernen heute, wie mit der Dreisatzrechnung unbekannte Größen bei proportionalen und antiproportionalen Zuordnungen ermittelt werden können. Dreisatz bei proportionalen Zuordnungen Aufgabe 4 kg Bioäpfel kosten 8,40 Euro. Wie viel kosten 6 kg dieser Äpfel? Die Lösung wird in drei Sätzen notiert. Erster Satz Notieren, was gegeben ist. 4 kg kosten 8,40 Euro. Zweiter Satz Schluss auf die Einheit 1 kg kostet 8,40 Euro geteilt durch 4 gleich 2,10 Euro. Dritter Satz Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com und dann kommt 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 kommt